Yoga-Techniken für Vergebung So lautet der Name eines Seminars von Yoga Vidya zu finden auf yoga-vidya.de-seminar Yoga-Techniken für Vergebung Da gibt es eine Reihe. Das eine wäre zunächst einmal, dass du dich selbst spürst. Bevor du anderen vergeben kannst, die dir Schlimmes angetan haben, ist es erst einmal wichtig, dass du zu dir selbst findest. Gerade wenn du denkst, du brauchst Yoga-Techniken zur Vergebung, dann ist ja anzunehmen, dass etwas in dir steckt, was du nicht so leicht angehen kannst. Also übe zunächst einmal Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung. Lade dich mit Energie auf, spüre deinen Körper, entspanne deinen Körper und bekomme so Zugang zu dir selbst. Dann lerne es auch zu meditieren. Und wenn du meditierst, wirst du vielleicht auch deinen Schmerz spüren. Vielleicht wirst du die innere Unruhe spüren. Aber vielleicht wird es dir auch gelingen, jenseits dessen zu gehen und deinen tiefen inneren Kern zu erfahren. Und wenn du erfährst, dass dein innerer Kern unverletzt ist und unberührt ist, egal was andere dir angetan haben, dann fällt es schon leichter, anderen zu vergeben. Wenn du so weit bist, dann wäre der nächste Schritt durchaus die Beschäftigung mit Karma und auch mit Reinkarnation. Und hier kannst du zum einen sagen, Niemand kann dir etwas antun, was nicht irgendwo eine wertvolle Erfahrung für dich ist, an der du wachsen kannst. Selbst wenn jemand dir Schlimmes angetan hat und das dich aus der Bahn geworfen hat und du dein normales Leben nicht fortsetzen konntest, dich ein großes Leid gestürzt hat, vielleicht sogar deine körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist, dann ist auch das etwas Wertvolles, was dir hilft, zu wachsen auf irgendeine Weise. Das Yoga-Vidya-Verständnis von Karma heißt jetzt nicht, du hast im früheren Leben etwas Schlimmes getan, um das in diesem Leben zu verdienen. Das überhaupt nicht. Sondern alles, was dir geschieht, ist irgendwo wertvoll vom Standpunkt der spirituellen Entwicklung. Manchmal kann ein Schritt oder eine Technik, eine Yoga-Technik für Vergebung sein, zu überlegen, was in mir hat sich entwickelt, dadurch, dass der andere mir das angetan hat. Und dann zu überlegen, war das auf irgendeine Weise wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und spätestens, wenn du dann merkst, mein Leben hätte anders weitergehen können ohne das, vielleicht wäre ich auch glücklicher gewesen, vielleicht wäre ich auch erfolgreicher gewesen. Aber so ist etwas Wertvolles entstanden. Wenn du selbst für dich selbst verstehen kannst, es ist auch etwas entstanden, was wertvoll und gut ist, dann fällt es dir auch leichter, tatsächlich zu vergeben. Wenn du so weit bist, dann gibt es noch weitere Techniken. Es gibt die Technik, es gibt Gebete, es gibt die Homa, ein Feuerritual, es gibt bestimmte Mantras, mit denen du leichter vergeben kannst, es gibt bestimmte Affirmationen, es gibt bestimmte Partnerübungen, es gibt Übungen in der Gruppe und vieles mehr. Das kannst du am besten lernen in einer Gruppe, wo dann, wenn das heißt zum Beispiel, Yoga-Techniken für Vergebung. Geh einfach auf die Yoga-Vidya-Internetseite yoga-vidya.de Querstrich Seminar und suche dann im Suchfeld nach Vergebung und dann findest du einige Seminare, wo du Yoga-Techniken für Vergebung praktizieren kannst, lernen kannst und vielleicht sogar gleich am Seminar selbst große Erleichterung spüren kannst. Geh einfach auf die U распfanzWhat und zu Im Vielen Dank.